Die Zeit ist reif. Für die stärkste, quadratischste und lustigste Stunde aller Zeiten. Macht Platz für die Schwammstunde. Unglaublich! Das heißt eine Stunde voll mit lustigen Abenteuern deines Lieblingsschwamms. Plus einer komplett neuen Folge jeden Freitag um 18 Uhr. Wir stehen statt auf! Die Schwammstunde. Heute ab 17.20 Uhr. Nur bei Nickelodeon.